Es ist Steven gestürzt, Mensch. Der Jüngste von meiner Truppe. Oh Mensch, hoffentlich hat er sich nicht wehgetan. Ah, er steht auf. Zieh. Füße nimmt man auf die Rasse und nennt Vollgas. Nur die Harten kommen in den Garten. Kennst du ja aus der eigenen Karriere, solche Situationen. Ja, aber es zickt hier und da schon ordentlich. Ja, ist doch klar. Aber der Kopf ist doch klar. Ja, Gott sei Dank. Der hat immer am wenigsten abbekommen. Wo auch immer einen guten Sturz haben wir gehabt. Da habe ich peinlich genau drauf geachtet. Für den Kopf hat man nur einen. Keine Klautschzone auf dem Motorrad.